Bitcoin, die Bullen sind los, unser aktueller Elliot-Vellen-Account erweist sich wieder als der Gold-Richtige. Welche Levels jetzt wichtig sind, beziehungsweise welchen genauen Fahrplan wir erwarten oder eben vorsehen und wo wir dann den finalen Widerstand sehen, um auf ein neues Bärenmarkt hier weiterhin abzuverkaufen und wo wir dieses möglicherweise sehen, das erfährst du hier im Video, das heißt unbedingt dranbleiben und damit servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update hier von Trading on Air. Wir schauen uns heute wie immer Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elliot-Vellen-Thier an, welche Levels sind wichtig, was können wir erwarten und wie sieht unser Fahrplan hier im Detail aus und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber davor eins noch vorneweg, wie immer. Wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Algo zu pushen, würde uns auf jeden Fall auch mega freuen und supporten. Gut, dann gehen wir direkt rein, Kryptomarktkapitalisierung hier, leicht über der 900 Milliarden US-Dollar-Marke und somit mit knappen 3% im Plus die letzten 24 Stunden. Bitcoin zieht hier ordentlich an mit 5% im Plus und notiert somit knapp unterhalb der 19.000 US-Dollar-Marke. Ethereum hier 1.409 US-Dollar oder fast 10 US-Dollar und somit hier mit 2% im Plus die letzten 24 Stunden. Und wenn wir uns noch die Ausreise hier anschauen, nach oben hin gibt es da einiges. Einmal Abtas hier mit über 30%, FXS hier mit 15%, Optimism hier mit 16%, Bantam 15%. Das heißt, bei den Altcoins hat sich hier definitiv ordentlich was getan. Ausreise nach unten hin gibt es hier wenig. Einmal der FEI-Token hier mit fast 1%, aber eigentlich sonst nichts Erwähnenswertes. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein auf den Bitcoin-Chart und fangen hier auf den Daily-Time-Frame wie immer an. Schauen uns die gestrige Daily-Candle erst einmal an. Und die hat per se erst einmal Bullish geschlossen. Denn wir sehen es, wir haben hier über diesen Wic hier geschlossen. Das heißt, wir haben uns hier nicht Liquidität geholt. Und das stützt einfach nochmal die These, die wir gestern aufgestellt haben, dass wir hier weiterhin Richtung der 20.000 bis 20.300, 20.800 Dollar erst einmal vordringen können, ehe wir dann den Abverkauf erwarten. Das heißt, auch aus Daily-Time-Frame-Sicht erst einmal ein Bullishes Zeichen und stützt den aktuellen Count, den wir hier auf dem Chart haben, einfach weiterhin. Gut, dann gehen wir noch schnell auf den übergeordneten Count ein. Für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, wir gehen davon aus, dass wir seit dem All-Time-Hier eine WXY-XZ-Korrektur abverkaufen und ja, dass mindestens auf die 16.000 US-Dollar hier erfolgen wird. Gut, das ist jetzt bereits geschehen, jedoch gehen wir weiterhin nicht davon aus, dass das jetzt der Boden war. Denn wir haben das Ganze nochmal unterteilt in WXY hier in grün und diese Y nochmal in A, B, C, ganz klassisch. Und diese B haben wir mittlerweile noch nicht gefunden, aber kommen jetzt dann gleich dazu. Aber wir gehen davon aus, dass wir uns hier in eine A hochbewegt haben, runter in eine B gekommen sind und uns jetzt in der C hochbewegen, um diese B zu finishen, um dann hier mittels einer C hier abzuverkaufen. Und ihr seht hier schon, mindestens stand jetzt 15.473 Dollar, aber eher, ja, visieren wir hier das One-to-One-Ratio hier bei den 13.227 Dollar an. Stand jetzt, dieser Bereich wird sich sehr wahrscheinlich noch verändern, aber da kommen wir jetzt dann dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf 1-Stunden-Time-Ram, denn hier spielt die Musik. Demnach gehen wir davon aus, dass wir uns seit dem Zeitpunkt hier in der Welle C hier befinden, mittels 1, 2, 3, 4, 5 hier nach oben bewegen und diese drei hier noch nicht beendet haben. Demnach, ja, das waren wir in diesem, ja, oder bei diesem Zeitpunkt hier beim gestrigen Video, haben wir gesagt, okay, wenn wir hier nach unten kommen, erwarten wir hier in dieser grünen Box erst einmal Support und, ja, wir sind da perfekt einmal reingestochen, oben ganz kurz, kurz rein und jetzt perfekt nach oben hin raus reagiert und wir erwarten mindestens, das haben wir auch gestern gesagt, dass das des wahrscheinlichere Szenarios, dass wir hier mindestens die 19.223 US-Dollar in Kombination mit dem Golden Pocket hier anlaufen werden. Könnten wir uns auch sehr, sehr gut vorstellen, hier in einen Short-Trade einzugehen, aber da halten wir euch selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den laufenden Link dazu unten in der Videobeschreibung. So sehen da beispielsweise die Signale aus, ist jetzt ein Gold-Signal, aber auch Signale zu traditionellen Märkten kommen hier rein. Das heißt, wenn du sowas nicht verpassen willst, kannst du, wie gesagt, die kostenlose Telegram-Signalgruppe gerne ausstecken, Link dazu unten in der Videobeschreibung, aber ganz, ganz wichtig sind unsere Trades, wie wir traden, das heißt, ihr könnt die nachmachen, müsst es nicht, das heißt, keine finanzielle Anlageberatung an dieser Stelle und auch die Talk- und News-Gruppe selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, kommen unsere Trade-Ideen rein oder auch mal Kurzupdates, falls sich irgendwas Spannendes getan hat oder falls du einfach nur den Austausch mit der Community suchst, kannst du da selbstverständlich auch gerne beitreten. Dazu ist ja noch gesagt, es kommt auch regelmäßig von unserem Trade-Register rein, das heißt, vollkommene Transparenz und ja, unserer Meinung nach einfach einzigartig diese Form der Transparenz auf YouTube. Aber wie gesagt, ihr könnt euch da gerne selbst ein Bild machen, beide Gruppen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gut, das heißt, wir gehen davon aus, dass diese drei hier drinnen ist. Wir sehen es, wir könnten das auch schon relativ schön fünfteilig erzählen, mittels 1, 2, 3, 4, 5 und das stellt sich jetzt eben raus, ob das 1, 2, 3, 4, 5, das geht nämlich auch. Aber in beiden Fällen erwarten wir dann erstmal einen starken Widerstand hier bei den 19.223 US-Dollar, um dann hier jetzt erstmal runterzudrehen und wir erwarten, ja, das Anlaufen dieser türkisen Box, das heißt, dass wir hier nochmal runterkommen und da könnte man dann auch wieder in einen Long-Trade eingehen, denn dann erwarten wir, ja, dass wir hier nochmal eine türkise 5 sind, um dann diese drei hier zu finishen. Und je nachdem, was wir jetzt sehen, sehen wir nochmal einen Higher High und drehen dann erst runter in diesen Bereich, das heißt, dass wir die 19.223 US-Dollar jetzt anlaufen, nochmal mit einem kurzen Stich hier rauf, das heißt, dann war die drei hier drin, die fünf dann hier drin und wir drehen dann erst in der vier runter, dann kann es gut und gerne sein, dass wir mit dieser Welle 3 hier noch höher kommen, wie das 3, 6, 1, 8, der Fibonacci-Level, aber stand jetzt das primäre Szenario, dass wir jetzt direkt runterdrehen und uns hier dann diese vier ausformen, um dann diese drei auch hier in den Zielbereich, den wir aktuell auf dem Chart haben, hier auszuformen, aber das ist jetzt Micro-Counting, das heißt, da jetzt bitte nicht danach traden, das heißt, wenn wir hochkommen, dann gehen wir short, jetzt nicht long oder short gehen, das heißt, wenn wir hochkommen, gehen wir short und wenn wir runtergehen, können wir wieder long gehen, das heißt, da müssen wir jetzt einfach abwarten und dann quasi reagieren, was uns der Markt hier an den Daten gibt und wir sehen es, wir sind ja auch perfekt am 1-to-1-Ratio, erst einmal rejected worden, hier bei den 19.057 US-Dollar, das heißt, auch hier jetzt erstmal mit starkem Widerstand in dieser Zone hier zu rechnen, aber ihr seht schon, wir gehen dann weiterhin davon aus, dass wir nach dieser drei noch eine vier ausformen, um dann mit einer fünf noch höher zu drehen, aktueller Stand hier 20.113 US-Dollar, peilen wir sehr, sehr stark an, bis den Bereich hier rauf zu den 20.800 US-Dollar, hier erwarten wir dann die Trendwende, um dann hier runterzulaufen, aktuell mindestens 15.473 US-Dollar, eher sogar in die 13.000-Dollar-Region, aber das schauen wir uns dann nochmal an, wenn es dann auch soweit ist. Gut, soviel zu Bitcoin, das heißt, zusammengefasst die wichtigste Widerstandsmarke hier nach oben, 19.220 US-Dollar, wir sehen es, hier ist auch eine Ineffizienz, das heißt, da können wir uns sehr, sehr gut vorstellen, einen Short-Track einzugehen, aber wie gesagt, wir halten euch das selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden und wenn es nach unten geht, ist hier dieser türkise Trendwende-Bereich, das Go-To-Level, dieser muss halten, den es auch hier, darunter könnten sich Pass-Top-Loss eben befinden, das ist, dass wir hier runterdippen auf das 0,5er, wäre jetzt nichts Unübliches, aber dieser Bereich hier, wie angesprochen, der sollte besser halten, ansonsten ist die Gefahr eben sehr, sehr groß, dass wir auf direktem Weg hier nach unten sind, aber wie gesagt, aktuell nicht unser primäres Szenario und das schauen wir uns dann an, wenn es dann soweit sein sollte, dass wir diese Box hier rausnehmen, aber Stand jetzt ist das der Bereich 18.500 bis 17.800 US-Dollar, erstmal der starke Support-Bereich hier für Bitcoin. Gut, dann gehen wir jetzt rüber zu Ethereum, noch hier kurz auf dem 4-Stunden-Timeframe, für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, wir gehen analog zu Bitcoin davon aus, WXYXZ seit dem All-Time-High und dass wir jetzt in dieser letzten Welle Z hier mindestens eben, oder was heißt, nochmal abverkaufen werden, auf ein neues Bärmaktiv und das Ganze hier aktuell in dem Bereich 860 bis 840 US-Dollar sehr, sehr eben von starker Unterstützung auszugehen ist und dass wir hier eben einen Ethereum-Boden für diesen Wärenmarkt eben sehen könnten. Und demnach gehen wir auch hier davon aus, WXY nochmal in grün nach unten und diese Y nochmal unterteilt in A, B, C analog eben zu Bitcoin. Gut, dann gehen wir noch schnell auf den 1-Stunden-Timeframe, denn hier spielt die Musik, das heißt, wir haben das hier ähnlich gekennzeichnet wie bei Bitcoin, in einer A hoch, in einer B runter und seit dem Zeitpunkt sind wir hier in der C, mittels 1, 2, 3, 4, 5 nach oben und auch hier gehen wir davon aus, dass diese 3 hier noch nicht gefunden ist. Aktuelles oder aktueller Zielbereich, hier 1467 US-Dollar drauf bis zu den 1516 US-Dollar, das heißt, das ist aktuell der Zielbereich von unserer Seite aus hier für diese grüne 3, und dann in einer 4 nochmal leicht abzuverkaufen, um in einer 5, ganz, ganz wichtig, hier nochmal höher zu drehen, in dem Bereich hier 1550 US-Dollar bis 1610 US-Dollar. Hier erwarten wir dann bei Ethereum die Trennwende, um dann auf die angesprochenen 850 US-Dollar hier nochmal abzuverkaufen. Ja, das ist ein starker Abverkauf, aber wir gehen ja weiterhin davon aus, dass wir uns in diesem Szenario hier dann befinden. Das heißt, auch hier die 3 unterteilt in 1, 2, 3, 4, 5 und analog zu Bitcoin sieht es sehr danach aus, dass diese hier eben drinnen ist. Nichtsdestotrotz sollten wir hier das High nochmal rausnehmen, gilt weiterhin diese starke Widerstandsmarke hier beim Golden Pocket. Wir sehen es hier, 1447 US-Dollar bis 1467 US-Dollar. Das ist sehr, sehr starker Widerstand hier erstmal für Ethereum. Und auch hier erwarten wir das Anlaufen, diese türkisen Box, um dann hier rauszudrehen. Wir sehen es, das 0,382 auf die Binance-Level. Das ist einfach der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit und zu einem Wellen-4-Retracement hier angelaufen. zu werden. Wir sehen es, wie schön sich das deckt. Und da gehen wir jetzt mal ganz, ganz kurz auf den 4-Stunden-Time-Frame raus. Wie schön sich das hier deckt mit einer Ineffizienz. Das heißt, hier könnten wir uns sehr, sehr gut vorstellen, in einen Long-Trade einzugehen. Gefällt uns Stand jetzt einfach auch besser wie Bitcoin. Das heißt, das ist der sehr starke Support-Tipp für Ethereum. 1344 US-Dollar. Nichtsdestotrotz ist der Trendwendebereich für diese 4. Hier 1380 US-Dollar runter bis 1315 US-Dollar. Wir warten, wie gesagt, nach oben hin dann den starken Widerstand hier bei den 1467 bis 1516 US-Dollar, um hier diese 3 auszuformen, um dann mit einer 4 und 5 dann diese Welle C hier zu komplementieren und somit die übergeordnete B zu komplementieren, um dann in dieser übergeordneten C dann hier auf die angesprochene 850 US-Dollar hier weiterhin abzuverkaufen. Das heißt, so unser aktueller Stand zu Ethereum. Und das wird auch recht gut passen. Wochenende steht vor der Tür. Wir sind in dem Bereich, wo wir in einer Welle 4 dann eben seitwärts verlaufen können, was ziemlich gut zum Wochenende passt. Das heißt, uns gefällt aktuell der Account sehr, sehr gut. Die wichtigsten Levels sollten genannt sein. Und damit soll es das Ganze jetzt schon gewesen sein. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon mal über jegliche Form von Support. Wir hören uns dann später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten morgen in der Früh zum Update. Und damit Trading und jetzt raus. Macht's gut. Ciao, ciao.